Willkommen zurück zu The Shore. Wir sind hier, ja, wo auch immer wir sind, in Cthulhus Reich, in der Leere. Es fühlt sich sehr nach Finale an. Und... Ich muss Dinge tun. Ich weiß noch nicht so ganz welche. Er hat gesagt, ich soll irgendwas mit den Köpfen machen. Aber was? Was muss ich hier jetzt machen? Er hat gesagt, die Köpfe zeigen mir Dinge, die waren und gewesen sind und... Sein könnten... Ach ja, Inventar geht ja nicht. Hä? Ach! Hm, Moment. Da kann ich ja absolut von Glück reden. Entschuldigung. Da kann ich ja absolut von Glück reden, dass ich einmal aus Versehen... ...an der Pyramide vorbeigestrahlt habe. Damit ich zufällig das Auge getroffen habe. Wir работать jetzt schon mal nochmal mit, wenn die Kob minute nach immer rauskommt. Oh Mario! Überraschung. Genau, mitraschung. Entschuldigung. Danke. Da mache ich doch die großen Köpfe lieber als letztes. Da kommen die jetzt ständig. Als die Universität selbst unfolds before your very eyes. The Watcher. Die Gegner of Worms and Dimensions. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber das war vielleicht auch einfach nur meine eigene Dummheit. Ja, das war The Shore. Endlich mal wieder ein Horrorspiel auf dem Kanal gebracht. Ich hoffe, das nächste dauert nicht so lang. Und ich bedanke mich bei allen, die es sich angeguckt haben. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Schreibt mal jetzt auch mal eure Meinung zu dem ganzen Spiel in die Kommentare. Interessiert mich wirklich. Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.